Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 29.200 US-Dollar. Wir haben gestern einen kleinen Bounce an unserem wichtigen Support gesehen, aber wir traden immer noch in einer sehr, sehr starken Range und vor allem kurz davor, hier nach unten hin auszubrechen, was für heute wichtig wird. Und es gibt eine geile Aktion bei BitGet, deshalb unbedingt dranbleiben. Alle Infos sind im heutigen Video. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, wir gehen direkt rein in die Analyse nach dem Intro. Let's go! Gut, also wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Da starten wir heute dann auch rein und schauen uns das Ganze jetzt hier erstmal an. Wie du ganz gut erkennen kannst, ist es im Moment so, den Indikator brauchen wir mal kurz nicht, dass wir hier wieder massive Probleme haben, um über unsere wichtigen EMAs drüber zu kommen. Und zwar siehst du das Ganze hier schon nochmal ganz schön. Wir haben es auch gestern nochmal angesprochen. Ja, das Ganze, dieser 200er EMA, den du hier oben entlangwandern siehst, mit dieser weißen Linie hier, war davor immer sehr, sehr starker Support. Wir haben immer wieder einen 4-Stunden-Candy-Close drüber gehabt. Und seitdem der erste 4-Stunden-Close hier drunter unter diesen 200er EMA ist, haben wir hier wieder massiv Federn gelassen und wurden hier sehr stark nach unten abverkauft. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben das Ganze nochmal angehittet und wurde nochmal abverkauft. Das heißt, das Ganze war nichts anderes als nochmal ein Retest. Bedeutet nichts anderes, dass wir jetzt hier bei unserem 200er EMA von einem Support-Level zu einem Widerstands-Level switchen. Und das ist im Moment das ganz große Problem, was Bitcoin hat. Denn wir müssen es erst wieder, und Stand jetzt wäre das bei knapp 29.666 Dollar, hier drüber kommen, um zumindest eine reale Chance zu haben, nochmal Richtung 30.000, 30.800 Dollar nach oben hin zu steigen. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, ist jetzt die letzte Option, dass wir hier einen Bounce reinkriegen, in dieser möglichen Zone, ja, bei unserem WIC hier unten, schauen wir uns auch auf dem 15-Minuten-Chart nochmal an. Warum? Weil wir dann mit unserem doppelten Boden, was wir hier dann formen könnten, ein Bullishes-Reversal reinkriegen. Das haben wir gestern uns im Detail auch nochmal angeschaut. Ein Bullishes-Reversal wäre, man kommt von einem sehr starken Downtrend, wovon wir ja auch kommen, ja, wenn man sich das hier mal anschaut, ich meine, das war jetzt hier eine Korrekturphase von knapp 9,3 Prozent. Das ist schon einiges, muss man sagen. Ja, und da ist es dann immer so, dass es Bitcoin immer sehr gerne macht, dass wir hier dann eine kleine Konsolidierungsphase haben mit einem schönen doppelten Boden. Wir kein weiteres Tief machen, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Wir dürfen kein weiteres Tief machen, ja, weil sonst hat man wirklich das Problem, dass man hier nochmal weiter nach unten fällt, Richtung 28.200, 28.300 US-Dollar. Das wollen wir nicht sehen. Ganz klar, ja, das wollen wir nicht sehen. Und das ist jetzt hier, das ist das letzte Szenario, was jetzt hier Bitcoin formen kann vor unserem Wochenende. Also das bedeutet, wenn wir jetzt hier unten reinkommen, ja, ist hier die Möglichkeit nochmal long zu gehen. Keine Finanzberatung an der Stelle, setzt auch richtig euren Stop-Loss, setzt richtig dann euer Risk-Management. Aber das werde ich für den heutigen Tag definitiv im Auge behalten hier unten. Denn dieser WIG war doch ganz schön groß. Und diese WIGs, wisst ihr auch immer, werden immer sehr, sehr gerne gefüllt. Bedeutet nichts anderes, dass wir genau in dieser Zone, wenn wir hier wieder reinkommen, hier Long-Positionen rausliquidieren von den Market-Makern, ja, die den Kurs dann hier runterdrücken, liquidieren dann die Long-Positionen aus dem Markt. Und das ist genau das, worauf ich dann erstmal hier warte. Und dann werde ich ganz genau aufpassen und schauen, was hier unten in diesem Bereich passiert. Dieser Bereich ist von 29.000 bis 28.900 US-Dollar. Aber es ist jetzt auch hier schon nochmal ganz schön, ja, dass wir genau jetzt hier schon wieder abgelehnt werden. Wir schaffen es jetzt nicht mal mehr über unseren 13er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Und das ist wirklich sehr, sehr schwach. Das positive Momentum, wie wir es gestern uns analysiert hatten und auch schon gesagt haben, kannst du auch gerne gestern nochmal das Video angucken. Dazu habe ich gesagt, dass wir hier sehr, sehr wahrscheinlich das Momentum wieder abnimmt und wir hier ein bearisches Cross reinkriegen. Wir sind auf aller, allerbesten Weg dazu. Die Signallinie zu unserer Durchschnittslinie wird sich heute höchstwahrscheinlich crossen, wenn wir hier noch ein bisschen nach unten fallen würden. Das Momentum nimmt auch weiterhin ab. Also auch hier sieht man ganz schön, es kommt nichts nach. Die Bullen haben im Moment irgendwie so die Schnauze voll und haben hier keine Luft mehr. Und das ist im Moment das ganz große Problem. Genauso wie am Volumen, da sieht man es auch nochmal ganz schön. Es kommt kein Volumen rein. RSI wieder nach unten gefallen auf 40 Punkte. Sollten wir hier dieses Tief dann heute durchbrechen und sollte das Ganze nicht halten, musste davon ausgehen, dass wir sogar mit dem RSI nochmal in den überverkauften Bereich dann hier nochmal reingehen. Und dann müssen wir uns das Ganze nämlich auf dem Tagesschart anschauen, weil dann ist es nämlich so, dass wir wirklich, wirklich, wirklich wieder Potenzial hätten, Richtung 28.000 bis 27.700 Dollar hier runterzufallen, weil hier unten kommt dann nochmal unser 800er EMA auf unserem 4-Stunden-Chart rein. Also das definitiv im Auge behalten. Dann gehen wir noch rein Richtung 15-Minuten-Chart. Für euch Daytrader, schauen uns das Ganze an. Let's go! So, wir sind jetzt im 15-Minuten-Chart. Ich habe auch unseren wichtigen Indikator mit dazu genommen und angemacht. Und wie du jetzt hier schön sehen kannst, ja, folgendes Problem. Pivot Point 100er EMA. Ja, also hier wieder auf den Cent genau testet der Bitcoin unseren 100er EMA an. Auch der Pivot Point gibt da natürlich sehr starken Widerstand. Auch hier nochmal auf den Cent perfekt angetestet. Jetzt formt sich hier sogar wieder so ein kleines Double Top. Das zweite Top ist sogar nochmal niedriger als das erste. Also das ist wirklich fast wie so ein Bilderbuch-Pattern, kann man eigentlich schon fast sagen. Ja, was jetzt allerdings nochmal interessant werden wird, ist zum einen jetzt hier diese 29.176. Das war einmal hier sehr, sehr starker Support, war dann nochmal hier Support, hier war es nochmal Widerstand. Das war nämlich genau dieser Bereich hier auf der linken Seite mit diesen zwei Vector Candles, ja, wenn ihr euch daran erinnert. Das war genau dieser Move hier. Der gab dann hier mal kurzzeitig Support, dann war er dann hier kurzzeitig Widerstand. Ja, und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, hier war es auch wieder Support, Support, Support. Und jetzt gehen wir mal hier rüber, jetzt wird die Sache nämlich wieder spannend werden, denn hier seht ihr es auch nochmal, sehr starker Widerstand. Und jetzt sind wir genau hier drauf gedippt und es scheint so, als würde jetzt leichter Support reinkommen. Aber diese 15 Minuten Kerze ist alles andere als gut. Kaum ein Docht, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal weiter nach unten gehen. Und wie gesagt, auch hier im 15 Minuten Chart kann man auch hier wunderbar das mögliche große B und das mögliche große, den möglichen großen doppelten Boden dann hier durchaus erkennen. Auch hier für den heutigen Tag Daily Open ganz, ganz schlecht, ja, denn einmal drüber gewesen, drunter gefallen, Support, 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 jetzt wieder drunter gefallen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier mit dieser Kerze sowas hier machen, sondern für den heutigen Tag Daily Open definitiv im Auge behalten. 50er EMA definitiv im Auge behalten, wenn das nämlich hier bricht und wenn dieses Hoch hier heute rausgenommen wird, gehen wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder hier oben rein Richtung 29.380, 29.400 Dollar. Und dann kommen wir wieder in diese Widerstandszone hier oben rein, passt man dann auch nochmal auf dem 1-Stunden-Chart, glaube ich war das nochmal ganz gut, ja, nee, sorry, auf dem 15-Minuten-Chart, ja, das passt dann hier nochmal ganz gut sehen konnte. Ja, dass wir dann immer wieder hier in diese wichtige Zone reingelaufen sind, aber es einfach hier nicht nachhaltig drüber geschafft haben. Auch auf dem 15-Minuten-Chart könnte man jetzt sagen, ja, okay, aber das ist jetzt hier auch so ein Double Top, was man hier jetzt sehen kann. Bin ich ein bisschen anderer Meinung, denn das war hier nichts anderes als nochmal ein Retest von unseren 800 EMA und von unserem Psy-Low und deshalb gehe ich stark davon aus, dass das jetzt hier erstmal kein Double Top ist. Dafür ist auch dieser spitze Wick hier zu stark, ja, das hätte dann hier ein bisschen auslaufen müssen, ja, sowas in dieser Art dann. Und deshalb gehe ich nicht davon aus, dass das jetzt hier ein sehr, sehr starkes Double Top war, aber das, was wir auf dem 15-Minuten-Chart sehen, das wäre ein technisches Preisziel, wenn man es ein bisschen konservativ macht und sich das Ganze hier dann mal anschaut. Ja, voilà, wer hätte es gedacht, schaut es euch an, genau unten rein auf 29.000 Dollar. Die 29.000 Dollar müssen auf jeden Fall halten, die müssen heute halten, ja, da geht kein Weg dran vorbei. Die 29.000 Dollar müssen auf jeden Fall halten, weil sonst wird es echt ungemütlich. Dann gehen wir noch rein auf den Tageschart, schauen uns den Tageschart dann hier auch nochmal an, wie es da im Moment aussieht und wie du hier ganz gut sehen kannst. Ja, es scheint so, als würden wir genau dieses Szenario hier möglicherweise bekommen und sich dieses Szenario hier ausspielen, ja. Das habe ich auch mal im Livestream gezeigt, wir haben hier einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend, wie du hier gut sehen kannst. Einmal Support, nochmal Support, nochmal Support, der wurde jetzt hier nicht mehr angelaufen und von Tag zu Tag wandern jetzt immer wieder diese wichtigen EMAs weiter nach oben. Was mir nicht gefällt ist, dass wir jetzt genau drei Tage hier eine perfekte Rejection reingekriegt haben auf unseren 50er EMA. Das siehst du nämlich hier auch nochmal ganz schön. Einmal Widerstand, nochmal Widerstand, nochmal Widerstand und jetzt sogar nochmal Widerstand. Also das ist Durchbruch von den EMA, Retest auf dem EMA, wir kommen nicht mehr drüber, bestätigt der Retest, wir fallen weiter nach unten. Ist eigentlich bilderbuchmäßig dafür, vor allem, weil wir auch diesen wichtigen Support über uns, den wir ja hier geformt hatten, jetzt leider, leider nach unten hin durchbrochen haben. Und deshalb erwarte ich immer noch eine kleinere Korrektur, wenn wir jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart nicht diesen doppelten Boden reinkriegen, den ich dir gerade eben gezeigt habe. Sollte der nämlich nicht kommen, sollten wir diesen nicht reinkriegen, kann es davon ausgehen, dass wir sogar nochmal Richtung 28.400 Dollar, 100er EMA und Worst Case wäre hier unten 27.8. Einfach hier auch nochmal den 200er EMA, nicht so orientiert ist, der 800er EMA, diesen nochmal anlaufen, um dann hier nochmal den Retest zu machen von unserem Aufwärtstrend. Solange das hält, alles tiefenentspannt, nur dieser Aufwärtstrend darf nicht durchbrochen werden. Wenn das hier brechen sollte, dann haben wir sogar nochmal Worst Case Szenario, sogar 25.000 Dollar, aber da werde ich dich natürlich auf den Laufenden halten. Dann gehen wir noch kurz rein und schauen uns WorldCoin an. Also das ist ja ganz, ganz große Hype hier im Moment. WorldCoin, boah geil, mega nach oben gepumpt. Leute, passt bei sowas auf, ich sag's immer wieder. Die Leute, die hier unten in den Pre-Sale reingekommen sind, die machen sich die Taschen voll und dann wird es hier einen Ruckpool geben und wir sind schneller auf 50 Cent, als ihr hier gucken könnt. Der hat natürlich einfach massiv zugelegt, der hat 3000% hier zugelegt, aber auch auf dem 1-Stunden-Chart. Wenn man sich das Ganze jetzt hier einfach mal anschaut, ist es einfach so, dass wir jetzt hier komplett in einer Konsolidierungsphase sind. Wenn diese Tiefs hier unten rausgenommen werden auf dem 1-Stunden-Chart, also wenn dieses Tief hier fällt, geht es nochmal Step by Step weiter nach unten. Ich kann mir jetzt erstmal nochmal gut vorstellen, dass wir hier durchaus Potenzial haben, nochmal ein bisschen nach oben hin hier anzusteigen, aber erwartet erstmal davon nicht so viel. Das sind immer Projekte, die dann sehr kurzen Hype haben, dann kommt die Ernüchterung, weil dann nichts mehr passiert und dann geht es Step by Step weiter nach unten. Und deshalb bei sowas passt auf, wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Wenn ihr jetzt hier nachkaufen möchtet, ist es so, dass ihr jetzt hier definitiv an dieser Stelle einmal hier Nachkaufposition 1 hättet, wegen dem aktuellen Tief. Und dann hier unten, das wäre Nachkaufposition Nummer 2. Ja, das heißt genau hier unten so bei 1,90, 1,80, wenn ihr nicht in den Pre-Sale reinkommen seid, ist es auf jeden Fall lukrativ. Was man auch machen kann und wenn ihr da Bock drauf habt, ich kann das Ganze dann auch ein bisschen beobachten. Denn bei BitGet kannst du das Ganze mit Hebeln, Shorten und Longen. Also wir können hier von dieser Volatilität, die definitiv hier reinkommen wird und weiterhin bestehen bleibt, von WorldCoin profitieren. Und deshalb hat auch BitGet hier ein Event rausgeballert. Ja, und zwar für all diejenigen, die sich jetzt hier unter meinem Link anmelden, kommen dann hier auch in den Lostopf. Und zwar gibt es einen Preispool von 100.000 USDT, die die hier raushauen. Und zwar, was musst du dafür machen? Dich einfach mit meinem Link unten registrieren, KYC ausfüllen und einfach 100 WorldCoin im Spot handeln, kaufen oder verkaufen oder whatever. Damit bekommst du 10 WorldCoin auch erstmal noch als Paket, als Dankeschön on top dazu. Ja, und dann kommst du automatisch in den Lostopf und wirst dann hier in diesen Preispool von 100.000 USDT mit reinkommen. Der wird dann natürlich aufgesplittet werden. Jeder bekommt dann immer was. Ja, es sind hier unter 10.000 Benutzern beschränkt. Und dann hier dann auch nochmal, alle 48 Stunden werden sozusagen diese 100.000 USDT an Handelsbelohnungen ausgeschüttet. Also eine ganz coole Sache. Link findest du wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich würde dir empfehlen, auch immer doppelt, dreifach, vierfach, fünffach zu fahren in der heutigen Zeit. Denn eins ist ganz klar, wenn mit Börse XY was ist, musst du auf jeden Fall sehr, sehr schnell reagieren können. Ich sage bloß Thema FTX. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung News. Schauen wir uns noch die News ganz kurz an. Trading Lite, wie sieht es im Moment aus? Unter uns baut sich sehr, sehr stark was auf. Bei 28.500 USD liegen 335 Coins. Dann geht es weiter bei 28.1, 286, 288 Stück bei 28k. Und eine ganz große Position bei 27.875 mit 444 Coins. Also der Block ist hier größer geworden und bedeutet jetzt für uns nichts anderes, dass mehr Liquidität unter uns liegt als über uns. Und das muss uns etwas Bedenken geben. Also das nochmal so als kleine Info. Gut, das soll es das Video gewesen sein. Ein bisschen länger geworden heute. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich dir hat es gefallen. Gerne einen Daumen nach oben geben. Melde dich gerne bei BitGet unten an und hole dir da diesen Bonus ab. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Freitag, ein schönes Wochenende. Hau rein bis dann. Dein Basti und wie immer. Ciao, ciao.